Es ist Weihnachten. Eigentlich sollte es die schönste Zeit des Jahres sein. Alle Kinder waren mit ihren Eltern da. Mit euch zusammen wäre es schöner gewesen. Aber Schätzchen, du weißt doch, Mama und Papa arbeiten beide. Wir können uns nicht einfach einen Tag freinehmen. Wir hatten in den letzten Wochen nicht allzu viel Zeit für dich, aber morgen fängt mein Jahresurlaub an. Wenn die anderen auf Tournee sind, bin ich ganz und gar für dich da. Findest du nicht, dass es langsam Zeit wird, das Kriegsbeil zu begraben? Findest du nicht, dass du bei unserer Tochter sein solltest, anstatt sie zu einem alten Mann zu schicken, den sie nicht mal kennt? Ich gehe da nicht hin. Weihnachten im Zauberäulenwald. Der schönste Weihnachtsfilm des Jahres. Erlebe ein wunderbares und großartiges Abenteuer für die ganze Familie. Mit neuen Freunden und einem übellaunigen Fiesling. Wieso fütterst du denn diese Schädlinge? Die sind doch nichts anderes als Raten mit burschigen Schwänzen. Also gut, das Gericht hat entschieden, dass unser Tagdorffahrer Petz seinen Wald an Raivo übergeben muss, um seine Schulden zu bezahlen. Deine Güte. Raivo hat vor, den Wald diesen Winter abholzen zu lassen. Ja, und wohin sollen dann die ganzen Tiere und Vögel? Das Abenteuer beginnt. Und für die Rettung des Waldes müssen alle zusammenhalten. Das ist mein Wald. Ich kann hier machen, was ich will. Was, du mich jettet? Du bist gekommen! Das war doch klar, dass ich kommen würde, oder? Lasst dich verzaubern und komm mit in den Zauberäulenwald. Weihnachten im Zauberäulenwald. Ab November im Kino.